Mein Name ist Boris und ich gehe 1. Klasse. Tag Herr Messer. Ulrike. Hallo. 1. Klasse Pflegeschule. Ich glaube, er weint. Danke, dass Sie mir zutrauen, eine alte, verbitterte Schachtel zu werden. Und das bist du doch jetzt schon. Bei dir steht was offen. Und Boris, warum machst du denn so eine Scheiße? Also wenn du im Krankenhaus kranken helfen willst und du Kindern und ich Alten, warum sind wir dann in deiner Klasse? Was hast du die ganze Stunde gemacht? Nein.